Karies. Was ist Karies? Bei Karies handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Sie wird auch als Zahnheule bezeichnet. Dabei wandern Kariesbakterien Zucker aus der Nahrung in Säure um und schädigen so die Zahnharzsubstanz bzw. lösen diese auf. So entsteht das berühmte Loch im Zahn. Karies ist weltweit die häufigste Infektionskrankheit. In Europa sind mehr als 95% der Menschen davon betroffen. Karies kann verschiedene Ursachen haben. Häufig mangelt es an der regelmäßigen Mund- und Zahnpflege oder einer gesunden Ernährung. Besonders Karieskinder sind Nahrungsmittel mit viel Zucker, die Zahnsteine und Ablagerungen auf den Zähnen entstehen lassen. Auch Zahnverstellungen wie ein falscher Biss oder Fellbildungen der Zähne können Karies verursachen. Chronische Krankheiten oder der Lebensstil begünstigen ebenfalls die Entstehung von Karies. Chronische Krankheiten oder der Lebensstil begünstigen sich von Karieskinder begünstigen. Bis zum nächsten Mal.